So, hallo Leute, euer Gobbo hier. Ja, ich melde mich auch mal wieder zurück und zwar es mit, ihr werdet es kaum glauben, einem Gewinnspiel. Ja, und das Ganze verknüpfen wir mit Facebook, weil wir wollen einfach ein paar mehr Fans, wir wollen, dass unsere Videos publik werden, weil wir sind einfach eine total bekloppte Community. Und, ähm, ja, euer Auftrag ist es, im Namen von Illuminati Games, äh, unsere Facebook-Seite ein bisschen zu vertreiben, also, oder betreiben, nein, vertreiben, nee, teilen, teilen heißt das bei Facebook. Also, teilt unsere Seite, wir wollen Leute, wir wollen, gefällt's mir, äh, gefällt mir, gefällt's mir, ja, das klingt auch super. Ähm, ja, und zwar ist ganz simpel, ihr habt unsere Facebook-Adresse, die werde ich auch nochmal unter das Video posten, klickt auf gefällt mir, teilt uns, postet auf unsere Pinnwand und schon nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Ähm, zu gewinnen gibt es drei Steam-Keys, wobei der neueste Key sogar verbunden ist mit einem Soundtrack und es sind einfach eigentlich nur supergeile Gewinne. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr teilnehmt, uns ein bisschen publik macht, ähm, weil wir haben super Spaß daran, wir können demnächst auch wieder über 15 Minuten aufnehmen. Ja, wenn das mit unserer Rechtsabteilung durchgesprochen ist, ähm, ähm, auch an all die Leute, die gerne Fraps und, äh, unsere How-to-do-Videos gucken wollen, ich würde da gerne mal ein neues Video aufnehmen, aber ich bin mir sicher, vom Gelaber wird das über 15 Minuten. Also brauchen wir unseren Account wieder, so wie er früher einmal war, denn früher war mehr Lametta. Ja, ähm, also ich poste unter dieses Video nochmal unsere Facebook-Adresse und drückt auf gefällt mir, teilt das Ganze für eure Freunde, die können daran natürlich auch gerne teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft nämlich nicht nur über YouTube, sondern halt eigentlich komplett über Facebook und, äh, diejenigen haben dann die Möglichkeit über Steam einen Key oder, ja, einen Gewinn zu ziehen. Also, es gibt drei Keys zu gewinnen und, ja, ihr macht das und ich denke, ihr macht das gut und ich hoffe, ihr macht das gut und, alter, macht es einfach, euer Gobbo. Viel Spaß beim Teilen, Spammen und habt ihr nicht gesehen, euer Illuminati-Games-Team, Gobbo, Ende, aus und over und habt ihr nicht gesehen. Bis dann, ne.